Ich bin jetzt auch in der Karrieren und in der Schule von Fahrzeugen spezialisiert. Wenn ich richtig weiß, da sprechen wir von ungefähr 350 PS jetzt hier an den Start hin. Ich habe es gerade gesehen, wir haben so gewollt knapp 10 Sekunden-Marke überschritten. Das ist jetzt eigentlich der Showfahrer, von dem wir heute Mittag noch ein bisschen mehr sehen werden. Es gibt nämlich auch noch einen, der hat zwei, der hat jetzt mal über 500 PS.